Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Musikhochschule, in einem außergewöhnlichen Jahr sendet Ihnen die Hochschule für Musik Saar einen digitalen und musikalischen Gruß. Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und insbesondere ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2021. Und wir hoffen, dass wir uns bald wieder in Präsenz begegnen können. Meine Damen und Herren, liebes Publikum, in der Musik sprechen wir von einem Dekrescendo, wenn etwas immer leiser wird. Wenn es dann ganz verstummt, sagen wir Tazet. Die HFM Saar befindet sich leider momentan im Zustand des Tazet. Wir mussten unsere Türen für Sie, für uns alle schließen, weil wir auch im Haus ein Pandemiegeschehen verzeichnet haben. Nichtsdestotrotz wird hinter den verschlossenen Türen weitergearbeitet, geplant und Pläne für das nächste Jahr geschmiedet. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr Sie wieder als Publikum begrüßen dürfen und dass wir unsere Konzerte und unsere Klassenabende und unseren Unterricht weiter halten und Ihnen anbieten können. Eigentlich war ein musikalischer Weihnachtsgruß aus der Stiftskirche in St. Arnold, in der ich mich gerade befinde, geplant mit Chormusik, mit Orgelmusik. Dies fällt leider nicht ganz aus, sondern Sie hören nur die Kuhnorgel in der Stiftskirche St. Arnold. Mir bleibt Ihnen alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. Uns allen ein hoffentlich und sehr wahrscheinlich besseres Jahr 2021. Bleiben Sie gesund! Z动, im Vang mit Chor SAT durch projectionsalki, bis zum Beispiel друг schreitende vieles Leben mit ganz Dasein – mit Mobili Bokäu, können wir mal die Zeit sehen? Ja, kein Geist zu und Gratим fill이에요. EChat von partnerships connectedlade enthusi�� auf dem Busch Amen. 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 Amen.